Hallo und herzlich willkommen zu Meet&Speak. Unser Thema heute handelt vom Präventionspreis in Darmstadt. Und ich habe hier auch einen Gewinner, den Hannes Marb. Hallo. Hallo, grüß dich Michael. Im Rahmen des Wettbewerbs Prävention konkret sucht die Wissenschaftsstadt Darmstadt auch in diesem Jahr wieder Präventionsprojekte, die sich durch besondere und innovative Ideen auszeichnen oder in der Praxis bewährt haben. Ein Gewinner unter uns hier ist der Hannes Marb. Hallo Hannes. Danke. Du bist ja ein Gewinner. Ja. Gut, auch glücklich. Wie fandest du denn das Event? Ja, also das Event war ja im Rahmen einer Konferenz, Präventionskonferenz und der Rahmen war eigentlich angemessen für die Veranstaltung. Und eigentlich ist es immer ein gutes Gefühl, wenn man, sage ich mal, gewertschätzt wird in Bezug auf sein Engagement. Meine Meinung ist, dass eigentlich immer für Leitungs- und Führungspositionen es grundsätzlich sein soll, dass so eine Wertschätzung im Alltag auch sichtbar ist. Und an diesem Abend war sie sehr gut sichtbar für alle, die in der Orangerie in Darmstadt waren. Ja, und welche Bedeutung haben solche Preise für dich persönlich? Ja, grundsätzlich ist ein Ehrenamt ein ganz wichtiges Amt. Es gibt Ehrungen, die ja unterstützt werden von der Politik und der Wirtschaft. Und das ist, sage ich mal, ein ganz elementares Moment. Die Stadt Darmstadt ehrt ja auch zum Beispiel ehrenamtlich engagierte Jugendliche und junge Erwachsene. und jetzt in dem Fall halt mit dem Präventionspreis Menschen, die eine gute Idee haben, wie man in der Gesellschaft präventiv arbeiten kann. Aber es ist natürlich so, dass sich in unserer Gesellschaft immer mehr das Dienstleistungswesen durchgesetzt hat. Und da muss man einfach aktiv mehr dagegen steuern, weil man möchte ja eigentlich gerade, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Und dann ist es natürlich wichtig, sie zu gewinnen. Und man muss auch dann aushalten, dass diese Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, durchaus kritisch sind mit Politik, Wirtschaft oder auch mit der Verwaltung und natürlich auch eine andere Meinung haben. Aber letztendlich ist es wichtig, dass diese Menschen da sind, weil Querdenker bringen unsere Gesellschaft vor allen Dingen weiter. Und nicht nur Leute, die immer nach dem System reden. Ja, du machst das Ganze ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Das heißt, du bist in allen möglichen sozialen Tätigkeiten aktiv. Und machst du das wirklich auch für die Sache oder hat das auch irgendeinen Einfluss auf dein Privatleben? Also der Preis ist ja eine Anerkennung für Menschen, die ich begleitet habe. Und denen habe ich auch wertvolle Impulse im Leben geben können. Und denn es gilt natürlich für mich besonders im Präventionsbereich das Motto Deine Entscheidung, Dein Weg und Dein Erfolg. Und wenn ich das in der Historie sehe, ist es so, dass ich ein Riesenglück gehabt habe. Ich bin in Rostorf groß geworden. Das war eine aktive Gemeinde, Sportzentrum, Schwimmbad, Eisbahn, Großsporthalle. Ich hatte eine wunderbare Erfahrung in der katholischen Kirche mit dem Herrn Pfarrer Scholz und dem Herrn Pfarrer Knapp, wo man dann auch sich selbst als Jugendlicher schon eingebracht hat, im Panzerlager und Verantwortung übernommen hat. Und das sind natürlich Dinge, die sind nicht zu unterschätzen. Auch, dass man ernst genommen wurde als Jugendlicher. Also ich habe bei einem Schachclub in Rostorf, die war ich Gründungsmitglied. Und ich hatte damals die Idee gehabt, den Schachclub Latja Rostorf zu nennen. Latja steht für Russisch der Turm. Und das haben alle so gut gefunden, dass der Schachclub heute immer noch Latja Rostorf heißt. Und das sind natürlich Dinge, wo du sagst, das ist super. Und irgendwo kannst du auch dann von meinem Blickwinkel aus sagen, du gibst der Gesellschaft auch ein bisschen was zurück. Und das ist eigentlich die Intention meiner Arbeit. Von außen betrachtet sind deine Projekte und deine privaten Tätigkeiten voller Erfolg. Nun wurdest du auch jetzt mit dem Preis, dem Präventionspreis ausgestattet. Aber wie gehst du mal mit Rückschlägen um? Also grundsätzlich ist es nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und es wird immer Menschen geben, die den Erfolg neiden und die hinter deinem Rücken agieren oder die glauben, aufgrund ihrer Führungsrolle gegen dich in irgendeiner Form arbeiten zu wollen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber ich habe es ganz bewusst gesagt, hinter meinem Rücken. Und das sind letztendlich auch Menschen, die immer hinter mir stehen. Und ich bin ja jemand, der nach vorne gucken will. Dementsprechend ist es natürlich nicht immer angenehm, aber man muss die Perspektive nach vorne werfen. Und wenn man dann noch so einen Beruf hat oder eine Berufung wie ich als Pädagoge, dann ist es natürlich auch gut, Passion und Leidenschaft zu optimieren, zu verbinden. Und die Gabe, Menschen mitzunehmen und zu begeistern, besitzt nun mal nicht jeder. Das ist auch nicht weiter schlimm. Aber es macht mir immer wieder Freude, Dinge zu entwickeln und sie zu begleiten. Auch wenn man es dir nicht ansieht, bist du nun über 50 Jahre alt und hast bestimmt ganz viele Eindrücke sammeln können. Nun ist meine Frage, wie kann man im Rahmen seiner Tätigkeiten präventiv arbeiten? Grundsätzlich ist es ja so, dass im Gesamtsystem erst mal für mich Netzwerke wichtig sind. Ja. Und in einem Netzwerk gibt jeder auf den anderen Acht und somit lassen sich tendenziell Rückschläge in der Zusammenarbeit mit Kindern oder mit anderen auch leichter verdauen. Und man kann natürlich auch dann besser daran arbeiten, weil wenn man positiv denkt, sind Rückschläge keine Rückschläge, sondern sie sind, wie soll ich sagen, Elemente, die einen persönlich weiterbringen, Erfahrung. Und wenn man einen Plan im Kopf hat und weiß, wie eine gute Prozesssteuerung aussieht und die Leute gut informiert und den Menschen eine Wahl lässt, dann kommt eigentlich immer ein gutes Produkt raus. Weil man kann darauf vertrauen, dass die, die dann betroffen sind, auch die richtige Entscheidung treffen. Und die Aktivitäten mit den Schülern, ob das jetzt nun waren, Beachvolleyballfelder bauen oder Deutsche Meisterschaften, Rugby, Flaggfettball oder unser YouTube-Kanal Kinder- und Jugendrechte in Eberstadt. Das sind letztendlich alles sichtbare Erfolge und die kann uns auch keiner mehr nehmen. Und dementsprechend muss man sagen, dass man grundsätzlich Kinder und Jugendliche ernst nehmen muss, dass man ihnen auf einer menschlichen und nicht formalen Ebene begegnet. Und ich selbst bin nicht mehr wert wie ein Schüler oder ein Jugendlicher. Ich habe zwar mehr Wissen und Lebenserfahrung, aber es gilt der Grundsatz für mich, jeder ist anders und jeder darf anders sein. Es nützt auch relativ wenig über die Jugend zu klagen oder, wie es oft passiert, zu dramatisieren. Sie sind nun mal, wie sie sind. Und das ist im Leben und im Pädagogischen eine Herausforderung wie früher, wie heute. Du hast ja den Preis auch für deine SUAD. Was ist das eigentlich genau, SUAD? Ja. Anti-Aggressions? Ich habe das Glück gehabt, dass der Axel Groß mir die Ausbildung zum Anti-Aggressionstrainer bezahlt hat beziehungsweise einen Großteil getragen hat. Und nachdem ich die Ausbildung beendet habe, beim Deutschen Institut für Konfrontative Pädagogik, habe ich natürlich überlegt, wie ich das SUAD oder wie ich das Anti-Aggressionstraining einbauen kann in die Schule und habe es SUAD genannt anhand der Wörter soziales und aggressionshemmendes Training. Das ist also insofern einmalig in Deutschland, weil ich möchte probieren, den regel- und wertverletzenden Jugendlichen eine Chance zu geben, ihre Haltung zu erinnern. Das heißt, mir geht es darum, dass zwischen Akzeptanz und Konfrontation eine soziale Entwicklung stattfindet. Und es ist einfach so, dass es ja dieses berühmte Rat geht, RAD, Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin, und dass es Schüler gibt, die halt in dieser Richtung sich, sage ich mal, nicht im Griff haben. Und es gibt einen ganz klaren Verhaltenskalloch, der im Rahmen von pädagogischen Ordnungsmaßnahmen liegt. Aber es löst in der Regel erst mal nicht das Problem. Und natürlich haben wir auch in der Schule unterschiedliche Ansprechpartner mit Sozialpädagogen. SUAD ist aber jetzt nicht über die Thematik reden, sondern mit den Schülern, die als Zielgruppe in Frage kommen, zu arbeiten. Das heißt also, sie in eine Richtung bewegen, dass sie in der Lage sind, im Rahmen ihrer persönlichen Abwägung, gehe ich in die Konfrontation, gehe ich in die Gewalt, eher sagen, nein, das ist für mich nicht mehr lohnenswert, ich gehe einen anderen Weg, der halt dann nicht dazu führt, dass es solche Probleme gibt. Und SUAD beinhaltet halt auch, dass man den Schülern eine Wahl gibt. Das habe ich ja schon vorhin mal gesagt. Menschen brauchen eine Wahl. Du hast Mist gebaut, du wirst dafür bestraft, ganz normal, wie sich das in den Schulgesetzen widerspiegelt. Du hast aber jetzt die Möglichkeit, im Rahmen von SUAD, die Sache in einem gewissen Rahmen wieder auszubügeln. Nicht die Sache, die er gemacht hat, weil was passiert ist, es passiert. Aber du hast die Möglichkeit, perspektivisch anders zu arbeiten. Und wenn du dich anders gegenüber deinen Mitmenschen verhältst, auch weißt, wie du dich vielleicht anders verhältst, wenn dich jemand provoziert, dann soll er auch die Möglichkeit bekommen, dass er dann im Rahmen einer Bestrafung die Möglichkeit erhält, dass das ausgesetzt wird. Sprich, es ist ähnlich angegliedert wie im Jugendstrafrecht. Man macht halt dann einen Vertrag, wo der Jugendliche und die Eltern halt sagen, okay, wir machen zwölf Einheiten beim MAP SUAD. Wenn SUAD erfolgreich abgeschlossen wird und wenn es zu keinen weiteren Zwischenfällen kommt, dann entfällt zum Beispiel dann die Sozialverhaltensnote 5 oder 6, die beim großen Angriff auf den Mitschüler natürlich auch die Folge wäre. Das heißt, der Schüler hat zum einen ein Ziel, er kann sich verbessern und zum anderen hat er auch am Ende die Entscheidung, ob er das macht. Wenn er halt nicht regelmäßig kommt und fliegt raus, ist es eigentlich wie im jugendischen Bereich, dann muss er halt bei einer Auflage, die er nicht einhält in den Bau und in der Schule, heißt es dann, die Ordnungsmaßnahme wird komplett ausgesprochen und dann muss er auch damit leben, weil er sich auch so entschieden hat. Und abschließende Frage, du hast auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro bekommen, was hast du mit denen vor? Ja, das ist eine spannende Frage, wenn man so viel Geld auf einmal bekommt, aber ich sage mal, wir reisen damit in eine bessere Welt und das Geld geht natürlich ganz klar in die Initiative Kinder- und Jugendrecht in Eberstadt, die auch zum Beispiel mit der Postkartenaktion Hashtag Eberglücklich die Clown-Doktoren unterstützt. Die Clown-Doktoren kommen einmal die Woche in die Krebsabteilung der Prinzessin-Marke-Klinik und probieren dort die Kinder, die kein leichtes Schicksal haben, aufzumuntern, sie ein bisschen abzulenken und somit, sage ich mal, ist das Geld gut angelegt. Und auch das ist ein Bestandteil von Prävention, dass man einfach sagt, man hat eine Option über unterschiedliche Möglichkeiten wie den YouTube-Kanal Kinder- und Jugendrecht in Eberstadt über solche Aktionen wie Hashtag Eberglücklich, Menschen anzusprechen, sie für eine Sache zu begeistern. Es gibt schon weit über 100 Leute, die bei dieser Postkartenaktion mitmachen. Man kann die Postkarte im Schauladen Eberstadt für 50 Cent kaufen und der reine Lys geht an die Clown-Doktoren. Und somit ist es eigentlich wieder ein rundes Bild, was stimmig ist. Man bekommt was, man gibt es aber weiter, weil es einfach wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft demokratische Bürger werden, die eine eigene Meinung haben, die zu unserem System stehen und die auch den Blickwinkel für den anderen haben und sagen, okay, ich versuche auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, meines Lebens, einfach Dinge wieder zurückzugeben, ob das dann Zivildienst ist oder ob ich mich im Verein engagiere. Das spielt dann keine Rolle, aber ich gebe irgendwas an der Gesellschaft wieder, ich gebe dir was zurück. Und das ist für mich, sage ich mal, so ein Angriffspunkt, wo ich sage, da müssen wir noch mehr ran, dass noch mehr diese Überzeugung bekommen, dass es gut ist, etwas für andere zu machen und dass es allen gut tut. So, danke Hannes für dein Kommen und wir hören uns das nächste Mal bei Radio Darmstadt auf der 103,4. Tschüss und bis zum nächsten Mal mit meiner Wenigkeit, dem Michael Hargoss.